Prozent Prozent Euro so Art Reo Punkte und klar ist hier mal ein er hat hier oben ging das das war schon lange nicht mehr gespielt fünf Punkte ja eine Verpflichtung verbringt jetzt gerade alle mit einem Spiel wir haben den nächsten solches sich spoilern er steht ihr auf meinem Kanal dazu und daher die Frage recht ist zu er der Witcher das will ich echt das möchte ich gesagt er sind aber ja ich schaue mal anderes abwechselnd kein Mal Katakomben Tja ja geile Scheiße verstehe ich ich bin auch richtig Stunt übrigens wenn du deinen Melandros Purscher trainierst wenn ich dabei bin dann wird das dann wird er zu keinem aggressiven Pet ich werde den auch nicht was will ich mit einem Melandros Purscher ich hab schon andere Pads gehabt diesmal hole ich mir glaube ich ne ich habe sie schon alle gehabt alle habe ich sie gehabt ne diesmal hole ich mir glaube ich ne Giraffe ne Giraffe wär doch ein Zebra extrem geil oder ja wie in äh wie in Geschichte mit den mit den Juden ja im Nationalsozialismus wurden ja auch Menschen öfters nur mit Tieren verglichen um die Abneigung zu demonstrieren ja Juden wurden zum Beispiel Zebras genannt ne Giraffen oder so was ich weiß es gar nicht mehr ich glaube ich habe diesem Gag nichts bei gewohnt schweige denn dass er auf meinem Mist gewachsen ist ne der ist ja auf deinem Mist gewachsen äh Eichen hatte sich zu mir rüber gebalkt und hatte gesagt ich hab dann ganz laut gelacht hab dann gesagt nein Giraffen und dann unser Gichtelehrer hat wieder mit den Augen gerollt und hat sie auf den Tisch fallen lassen hat sich über den Boden gewälzt hat sich erbrochen hat sich erbrochen hat sich erbrochen ja wir rennen hier äh 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 was machen wir jetzt zurück zur Stadt Ascalon nein warte mal ähm wir haben doch hier noch doch eigentlich schon König Moment ich will mal kurz gucken jeder ganz andere Scheiß ist in äh Dingsbombs Grünhügel Grafschaft Regententental nein Grünhügel Grafschaft ja ok dann äh lass mal Ascalon ne Aschford Abteil Moment doch nein entscheide du ja mir Latte ich hab nicht nachgeguckt ja ich hab auch ne Latte dann sag mal oh Gott Aschford komm was Aschford 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 bis gleich nein Ascalon waaaah fick dich Aschford und dann muss und dann muss ich nur noch den Kopf aus hier rausziehen das war das beste Weihnachten aller Zeiten oh man deine Mutterspitzstift in der Hölle äh was müssen wir denn machen ähm deine Mutter ist auch meine Mutter ja egal was müssen wir denn machen was hast du denn da auserkoren äh ich wollte jetzt eigentlich den unberechenbaren Zauber abgeben aber du hast hier ja unbedingt durchgesetzt die Aschford ab wir können jetzt aber auch zehnte für Aschford machen dann tun wir dies dann tun wir dies mhm gatsen wir müssen jetzt zu gatsen war's haarscharf ja ja so viel leid du solltest am besten rausgehen du hast vollkommen vergessen wir müssen hier lang wuff oh ne guck mal wo wir hin müssen wir wären noch besser nach Aschford haben wir werden hätten wir mal bloß auf mich gehört ja ja alter wo kommen die denn her einfach durchrennen einfach durchrennen rennen Skelettplünderer komm da musst du heizen what the fuck die greifen auch hier ständig an ja ja ich wette mal da haben wir die Idee her für äh das ist doch sogar eine Quest das hier ich glaub ich hab noch nie in meinem Leben äh Skelettplünderer gesehen äh äh ja das ist eine Quest bäh oh Tobener Kadaver ha ja ich weiß auch nicht so recht ja ja ich auch nicht ist doch der Tobener Kadaver aber ich kriege ja voll auf den Sack heim ich man warum stehst du echt nicht vorne weil ich auch nicht die Typen machen Eisschaden du hast plus 30 Rüstung gegen Eisschaden man muss ja immer in den Vordergrund drängeln ja aber weil ich es nötig habe das ist ja nicht mein Problem so haben wir es ja auch mal einen Kadaver nö da haben wir noch einen Ascalon Bauern jetzt haben wir ja durch irgendeine Quest gemacht ja wir haben unberechenbar zauber ne weiter das nicht nur haben wir jetzt gemacht ah wir haben es voll drauf ey geil okay mit wem mit wem mussten quatschen oder mit Menlo ne woher weißt du dass wir die Quest gemacht haben guck doch an der Questlog das ist eine Questlog alles klar ja ist ja gut ja sorry aber bei sowas fähig aggressiv ja ich hab's gemerkt das ist wohl wahr ja yes yes wow komm triff ihn triff ihn halt nicht machst du eh nicht obwohl man weiß fack 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 obwohl nein mach zuerst äh 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 das andere Spiel Metro fack 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 heute wo ich nicht alle Bücher gelesen habe und das Spiel äh Massive Spoiler enthält welches? Witcher ach so ja dann äh ja ja ich werde sowieso erst äh alter ich mein aber Schaden was solln so was äh die macht übelst einen Schaden ja ich werde jetzt als erstes mal den Shooter let's playen weil nach Gothic brauch ich mal was anderes ne naja weil das ist schon viel Zeit das Buch und das Amt im März raus also der letzte Band da bin ich das Spielsport ein schon das Ende in den ersten paar Spielstunden wie also ich weiß nicht wirklich was ist ein Spoiler vom Ende war oder ob das einfach nur irgendwo steht war deshalb weiß ich nicht so recht ich habe auch alles getan um es wieder zu vergessen aber umgehend danach habe ich mich komplett komatös gesoffen fahrt nicht funktioniert die Erinnerung konnte schwimmen Farrakapo Farrakapo! Farrakapo! das ist auch ein Evergreen ohne Ende ja das ist echt ein Evergreen vielleicht sollten wir den Evergreen erklären kannst du ihn erklären? wir haben einen total bescheuerten Kumpel und der ja der hat immer wenn der Farrakapo gesehen hat immer gerufen Farrakapo! ach ja genau der war's ja äh machen wir noch hier Schutzgebete oder so? ach ne 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 die gibt nur Scheißfertigkeiten die Macht des Blutes wie das Stand against the King the King ähm äh macht des Blutes macht man nicht ist scheiße hab ich gar nicht ja ok das erleichtert die Situation richtig äh zehntes Aschford bringt Baradins zehnte zu Devonar ok zu Devonar Devonar wir können jetzt zu Aschford fliegen da Benlo abgeben dann zu Devonar von Devonar zu Ascalon da den restlichen Mist abgeben und dann können wir direkt aus dem Tutu raus du bist genial machen wir das ich weiß so Quest abgeben annehmen pang schlag vor die Brust Headshot in den Kopf ne Headshot in die Brust scheiße voll verkackt warte ich muss noch zum Kaufmann bäh Gesundheit dankeschön Faradins zehnte weißt du was zehnte heißt ja weil es der zehnte Teil ist und jetzt kommt eine Erklärung nein das war's ok das ist ja gut ich geh mal raus ne ja ja jetzt kommt Thorstens Alternativerklärung nö das war's was recht boah ja ich weiß nicht über alles zuhundertprozentig Bescheid auch wenn es manchmal so wirkt warum reagieren die Leute dann eigentlich immer so wenn ich sowas sage tja da würde ich mir auch mal Gedanken drum machen ah ich weiß nicht Farrakapo hehehehe stimmt da weil er immer mit dem Lispel dabei Farrakapo obwohl er kann ja gar nicht lispeln bei Farrakapo richtig aber er hätte gelispelt wenn er im Namen da er hätte gelispelt wenn es möglich sein würde hätte können ja dann hätte er gesagt äh Farrakapos ich hab wieder einen Fertigkeitspunkt bekommen boah das hat wieder hier ne abgebeorgie hehehe geil geil zum Abstützen geil ähm ähm so Unberechenbar Zauberer Ascalon ja dann ab nach Ascalon yay yay alter das Trennt immer nur Sekunden von meinem ähn äh ähm ... ähm ... ähm ... ähm ... ähm ... ähm ... aufnahmeabbrechen bis zum Ladebildschirm dass ich immer ein spiel mit dem feuer sandre elec erstemmen müssen wir haben wir können und das ist ja nachher mehr punkte als ich richtig zu lassen durchsicht so hat sich schon mehr punkte als ich ja ja aber dann hast du wieder mehr das könnte ich nicht ertragen so was auch um jetzt kannst du nämlich nicht mehr antworten ich sag jetzt bin ich in meinen videos man weiß es nicht ich stelle eine frage und um mir selbst aufs antworten sage ich weiß es nicht jetzt könntest du ja quasi auf eine frage antworten du könntest aber dann rennt euch immer in die ecke da rein ja weil ich auch nicht wieder hängen geblieben eigentlich hat Ascalon Waypoint so hier aber man hat eine Waypoint das habe ich gerade auch gemerkt ich bin bereit dazu alles aufzugeben ja aber wir müssen gleichzeitig drauf drücken damit wir auch gleichzeitig reinkommen muss mal gucken was habe ich denn ich habe überhaupt gar keine Fertigkeiten ne ist doch egal wir kaufen uns jetzt gleich du hast doch sowieso irgendwie 5 Millionen Platin du alter Farmfritze stimmt da war ja was ja gut ähm dann fangen wir jetzt mal ne meine Gruppe ich habe ja schon gestartet drück drauf wo denn ich bin ja bereit bei irgendeine Gruppe anzufangen ja 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 press the fucking button hast du yes 20, 19, 18 ja gut nice ich bin alleine toll ich auch du wohnen scheiße ich bin allein mit bots overnone bist du auch allein mit bots ja ich auch ich werd schwul was soll der kack ich werd schwul ihr könnt es vergessen wo ist der tedious ja okay dann halte ich jetzt meine Klappe ne dann kannst du jetzt dein alleiniges LP dann dein einiges dein alleiniges ja ich hab's gerafft jetzt beleidige mich doch nicht so sonst muss ich wieder weinen weine ich mich heute nacht wieder im schlaf so es geht klar 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 ja das praktische an Guild Wars ist auch dass es eigentlich ähm sehr viel Zeit und Platz hat für Nebenbeschäftigung also ich wollte gar nicht wissen weil ich schon alles gemacht habe während ich Guild Wars gespielt habe ja mir schon gehört habe ich hab schon mal einen Döner gegessen und gleichzeitig drei Teller auf meinem Kopf balanciert ja ich eigentlich immer nur Zigaretten gedreht aber mit deinen Zähnen ich bin ich mit den Vorderhauer Moment du hast damals doch gar nicht geraucht als wir Guild Wars bekommen haben doch nein Alter ich hab mich kaputt geraucht während ich gefarmt hab ja während du gefarmt hast wir bin ich von Anfang an gefarmt wir waren ja nicht von Anfang an so kaputt ich schon ich wollte von Anfang an die Rissrüstung für n äh für n nekromanten ach was und die hab ich jetzt auch bekommen sag mal gib das hier noch ein was oder Mann 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 Kollege komm in Wallung da könnt ihr ein Schatz mit dem Strahl aha warum bin ich mit Bots unterwegs ich könnte jetzt mit dir die Landstriche erforschen ja ich eigentlich auch ich könnte jetzt mit dir den größten Spaß meines Lebens haben ja seit dessen bin ich allein unterwegs mit Stefan auch Ruhrig ich dachte du läufst vor alles muss man hier selber machen was tue ich ne ich rede mit Ruhrig ach ich weiß warum ne Moment ich weiß gar nicht warum tja Moment der Erkenntnis ist oftmals Moment doch ich weiß warum schmerzhaft äh wir sind doch wir haben doch jetzt gleich noch ein Arena Match oder nicht äh wie gesagt tut ne länger her ja ich meine da gibt es eben gleich noch ein Arena Match und da würden da kämpfer glaube ich sogar noch gegeneinander da ist natürlich schlecht meine scheiß Bots sind schwächer als die Mobs w PS immer schön den Schamaten call immer schön den Schamanen call Vielen Dank.